Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand Von Jonas Jonasson Aus dem Schwedischen von Wiebke Kuhn Gelesen von Otto Sander Montag, 2. Mai 2005 Man möchte meinen, er hätte seine Entscheidung etwas früher treffen Und seine Umgebung netterweise auch davon in Kenntnis setzen können Aber Alan Karlsson war noch nie ein großer Grübler gewesen Entsprechend war der Einfall auch noch ganz frisch Als der alte Mann sein Fenster im ersten Stock des Altenheims von Malm Schöpping, Sörmland, öffnete Und in die Blumenrabatte kletterte Das Manöver war etwas mühselig Nicht unbedingt überraschend, wenn man sich vor Augen hält Dass Alan Justament an diesem Tag 100 geworden war In einer knappen Stunde sollte die Geburtstagsfeier im Gemeinschaftsraum losgehen Sogar der Stadtrat wollte anrücken Und die ganzen anderen Alten Und das komplette Personal allen voranschwester Alice Die alte Giftspritze Nur die Hauptperson hatte nicht vor, zu dieser Feier aufzutauchen Alan hatte eine braune Hose an, eine braune Jacke Und ein paar braune Hauspantoffeln Er überlegte, ob er sich die Mühe machen sollte, noch einmal durchs Fenster zurückzuklettern, um Schuhe zu holen Aber als er feststellte, dass immerhin die Brieftasche in der Innentasche seiner Jacke steckte, ließ er es dabei bewenden Außerdem hatte Schwester Alice schon mehrfach bewiesen, dass sie einen siebten Sinn besaß Egal, wo er seinen Schnaps versteckte, sie fand ihn grundsätzlich Und vielleicht lief sie ja gerade durch den Flur und spürte, dass hier etwas faul war Liebe abhauen, solange noch Zeit ist, dachte Alan Und kletterte mit knacksenden Kniegelenken aus der Rabatte Soweit er sich erinnern konnte, steckten in seiner Brieftasche ein paar Hunderter, die er sich zusammengespart hatte Und das war auch ganz gut so Denn kostenlos würde er sich sicher nicht verstecken können Also warf er einen Blick auf das Altenheim Und dann sagte er sich, dass er ja auch ein andermal und anderswo sterben konnte Der Hundertjährige schlich sich also davon mit seinen Pisspantoffeln Die heißen so, weil Männer in hohem Alter selten weiter als bis zu ihren Schuhspitzen pissen können Erst durch den Park, dann über einen offenen Platz Er überquerte den Friedhof in südlicher Richtung, bis ihm ein Steinwall den Weg versperrte Dieser war kaum mehr als einen Meter hoch Aber Alan war ein Hundertjähriger, kein Hochspringer Auf der anderen Seite wartete jedoch das Reisezentrum Vor vielen, vielen Jahren hatte Alan einmal den Himalaya überquert Das war wirklich mühsam gewesen Daran musste er jetzt denken, als er nun vor dem letzten Hindernis zwischen sich und dem Reisezentrum stand Er dachte so intensiv daran, dass der Wall vor seinen Augen fast zu einem Nichts zusammenschrumpfte Und als er kaum mehr kleiner hätte werden können, kroch Alan hinüber Seinem Alter und seinen Knien zum Trotz Der Wartesaal des Reisezentrums war fast leer Rechts befanden sich zwei Schalter, von denen der eine geschlossen war, während hinter dem anderen ein mageres Männchen mit seitlich gescheiteltem Haar saß Er blickte gequält von seinem Computerbildschirm auf Vielleicht fand er ja, dass heute Nachmittag einfach viel zu viel los war Wie Alan gerade bemerkt hatte, war er nämlich doch nicht der einzige Reisende im Saal Tatsächlich stand in einer Ecke ein schmächtiger junger Mann mit langen, fettigen, blonden Haaren Struppigem Bart und einer Jeansjacke mit der Aufschrift Never Again auf dem Rücken Offensichtlich war der junge Mann des Lesens unkundig Denn er stand vor der Behindertentoilette und zerrte an der Klinke, als würde ihm das knallgelbe Schild mit der schwarzen Aufschrift Gesperrt nichts sagen Daraufhin ging er zur Toilettentür nebenan, aber dort stand er vor dem nächsten Problem Anscheinend wollte sich der junge Mann nicht von seinem großen Reisekoffer auf Rollen trennen Doch für beide auf einmal war die Toilette zu klein Alan konnte keine größere Anteilnahme an den Sorgen des jungen Mannes aufbringen Stattdessen bemühte er sich, die Füße hochzuheben, als er an den Schalter trippelte und sich bei dem kleinen Mann erkundigte Ob es wohl irgendein Verkehrsmittel gäbe, das in den nächsten Minuten in irgendeine Richtung abfuhr und was das denn kosten mochte Der kleine Mann hatte wohl irgendwann mitten in Alans Ausführungen den Faden verloren Denn nach kurzer Bedenkzeit erkundigte er sich Und welches Reiseziel hatten sie dabei im Sinn? Alan setzte neu an und erinnerte den kleinen Mann daran, dass er das Reiseziel als untergeordnet betrachtete Und größeren Wert auf A Abfahrtszeit und B Kostenpunkt legte Der kleine Mann schwieg wieder ein paar Sekunden, während er in seine Tabellen glotzte und Alans Worte verdaute »Bus 202 fährt in drei Minuten nach Strängnäs. Passt ihm das?« »Ja«, befand Alan, »das wäre durchaus passend, woraufhin man ihn informierte, dass der entsprechende Bus von der Haltestelle direkt gegenüber abfuhr Und dass es wohl am geschicktesten wäre, die Fahrkarte direkt beim Busfahrer zu lösen« Der Hundertjährige setzte sich auf eine Bank und war allein mit seinen Überlegungen Die verdammte Jubiläumsfeier im Heim sollte in zwölf Minuten beginnen Demnächst würden sie also an Alans Zimmertür klopfen Und dann war die Hölle los, so viel stand fest Der Jubilar lächelte in sich hinein, während er aus dem Augenwinkel jemand näher kommen sah Es war der schmächtige junge Mann mit den langen, fettigen, blonden Haaren Er steuerte direkt auf Alan zu, seinen großen Reisekoffer auf Rollen im Schlepptau Alan war sofort klar, dass er Gefahr lief, sich mit dem Langhaarigen unterhalten zu müssen Doch das war ihm im Grunde gar nicht mal Unrecht Denn auf diese Art konnte er mal einen Einblick bekommen, wie die Jugend von heute so über allerlei Themen dachte In der Tat entspann sich ein Dialog, wenn auch kein ganz so anspruchsvoller Der junge Mann blieb ein paar Meter von ihm stehen »Hey, hören Sie mal« Alan antwortete freundlich, dass er ihm ebenfalls einen guten Tag wünsche Und dann erkundigte er sich, ob er ihm mit irgendwas dienen könne Und so war es tatsächlich Der junge Mann wollte nämlich, dass Alan den Koffer im Auge behielt Während sein Besitzer seinen Notdurft auf der Toilette verrichtete Oder, wie sich der junge Mann ausdrückte, »ich muss mal scheißen« Alan erwiderte höflich, dass er zwar alt und gebrechlich sei Doch sicherlich noch über gute Augen verfüge Und dass es ihm nicht allzu beschwerlich vorkomme, den Koffer des jungen Mannes zu hüten Allerdings empfahl er dem jungen Mann eine gewisse Eile, da er gleich den Bus erwischen müsse Das letzte hörte der junge Mann freilich nicht mehr Denn er lief schon auf die Toilette zu, bevor Alan seinen Satz vollendet hatte Der Hundertjährige hatte nie zu den Leuten gehört, die sich über andere aufregen Mochte es nun Anlass dazu geben oder nicht Und er störte sich auch nicht an der ungehobelten Art dieses jungen Mannes Doch empfand er sicherlich auch keine ausgeprägten Sympathien für den betreffenden Jüngling Und das war durchaus von Bedeutung für das, was gleich geschehen sollte Es geschah nämlich, dass der Bus 202 vor dem Eingang vorfuhr Alan warf einen Blick auf den Bus und dann auf den Rollkoffer Dann wieder auf den Bus und dann noch einmal auf den Rollkoffer Und überraschte sich selbst damit, dass er einen lebensbejahenden Entschluss faßte So könnte man das wohl formulieren Der Busfahrer war kundenorientiert und höflich Half dem alten Mann mit dem großen Reisekoffer in den Bus und fragte Ob der Herr wohl ganz bis nach Strängnäs mitfahren wolle Während Alan seine Geldmittel zählte 650 Kronen in Scheinen und ein paar Münzen Er hielt es für das Beste, jede Krone zweimal umzudrehen Daher legte er einen 50er hin und fragte Wie weit komme ich wohl hier mit? Der Busfahrer teilte mit, dass man für 48 Kronen bis Bühringe Bahnhof fahren könne Damit war Alan einverstanden Er bekam um seine Fahrkarte und zwei Kronen Wechselgeld Den gestohlenen Koffer stellte der Fahrer in Stauraum hinter seinem Sitz Und Alan setzte sich Er konnte durchs Fenster in den Wartesaal des Reisezentrums blicken Als der Bus losrollte, war die Toilettentür noch immer geschlossen Alan wünschte dem jungen Mann ein paar besonders schöne Momente da drin Wo ihn doch so eine Enttäuschung erwartete, wenn er herauskam Es schlug drei Uhr Alan stellte fest, dass er bis jetzt ganz zufrieden mit den Entwicklungen des Tages war Dann schloss er die Augen, um ein kleines Nickerchen zu halten Im gleichen Augenblick klopfte Schwester Alice an die Tür zu Zimmer 1 im Altersheim Malm-Schöpping Nun seien Sie doch nicht so bockig, Alan! Alan! Ungefähr gleichzeitig öffnete sich die Tür der momentan einzigen benutzbaren Toilette des Reisezentrums Malm-Schöpping Und heraus kam ein in zweifacher Hinsicht erleichterter junger Mann Er machte ein paar Schritte in den Wartesaal hinein Dann blieb er stehen, starrte auf die leeren Bänke und blickte panisch nach rechts und nach links Schließlich sagte er laut Du bist schon so gut wie tot, du alter Wichser Vorher muss ich dich bloß noch finden Schwester Alice wurde nicht wütend, sondern machte sich tatsächlich Sorgen Da Alan sich nicht die Mühe gemacht hatte, seinen Fluchtweg zu verheimlichen Konnte man sofort feststellen, dass das Geburtstagskind aus dem Fenster geklettert war Kraft seines Amtes fühlte der Stadtrat, dass er jetzt handeln musste Er beauftragte das Personal, sich in zweier Gruppen auf die Suche zu machen Eine wurde in den Park geschickt, eine ins Spirituosengeschäft Wohin sich allen zuweilen verirrte Eine zu den anderen Geschäften und eine zum Heimatmuseum Der Stadtrat selbst wollte im Altersheim bleiben, um ein Auge auf die Alten zu haben, die sich noch nicht in Luft aufgelöst hatten Und um sich die nächsten Schritte zu überlegen Er bat die Suchtrupps ein bisschen diskret aufzutreten, die Sache musste ja nicht unnötig breitgetreten werden Im allgemeinen Aufruhr war dem Stadtrat aber ganz entgangen, dass eine der zweier Gruppen aus der Reporterin einer Lokalzeitung und ihrem Fotografen bestand Das Reisezentrum fiel nicht in den Bereich, in den der Stadtrat seine Suchtrupps geschickt hatte Dort hatte allerdings eine einer Gruppe bestehend aus einem erbosten, schmächtigen jungen Mann mit einer Jeansjacke mit der Aufschrift Never Again bereits alle denkbaren Schlupfwinkel durchkämmt Nachdem weder der Alte noch der Koffer auffindbar waren, trat der junge Mann resolut vor den kleinen Beamten hinter dem einzigen geöffneten Schalter Um sich Informationen über die eventuellen Reisepläne des Alten zu verschaffen Der kleine Beamte hatte seinen Job zwar satt, aber ein gewisses Berufsethos hatte er sich denn doch noch bewahrt Deswegen erklärte er dem gräuchvoll auftretenden jungen Mann, die Reisenden könnten sich jederzeit darauf verlassen dass ihre persönlichen Angaben mit Diskretion behandelt wurden Ein wenig hochmütig fügte er hinzu, dass er unter keinerlei Umständen geneigt sei Dem Ansuchen des jungen Mannes stattzugeben und derlei Informationen mit ihm zu teilen Der junge Mann schwieg einen Moment und verdolmetschte sich die Worte des kleinen Beamten in verständliches Schwedisch Daraufhin ging er fünf Meter nach links, zur nicht allzu stabilen Eingangstür zum Schalterbereich Er nahm kurz Anlauf, trat mit dem rechten Stiefel die Tür ein, dass die Splitter in alle Richtungen stoben Der kleine Beamte konnte nicht einmal zum Telefonhörer greifen, um Hilfe zu rufen Denn ehe er sich's versah, zappelte er vor dem jungen Mann in der Luft, der ihn mit festem Griff bei den Ohren gepackt und hochgehoben hatte Ich weiß vielleicht nicht, was Diskretion bedeutet, aber eines weiß ich ganz sicher Nämlich, wie man die Leute zum Reden bringt, sagte der junge Mann Anschließend beschrieb er ihm, was er unter Zuhilfenahme von Hammer und Nägeln mit dem Geschlechtsorgan seines Gegenübers anstellen würde, falls dieses seinem Wunsch nicht entsprechen sollte Diese Beschreibung war so anschaulich, dass der kleine Beamte sofort bereit war zu erzählen, was er wußte Nämlich, dass der Alte wahrscheinlich mit einem Bus Richtung Strengnäs unterwegs war Ob er einen Koffer mitgenommen hatte, könne er allerdings nicht sagen Weil er nämlich nicht zu den Leuten gehöre, die harmlose Reisende ausspionierten An dieser Stelle verstummte der kleine Beamte, um zu sehen, wie zufrieden der junge Mann mit der Auskunft war Und er kam zu dem Schluss, dass er wohl gut daran tat, weitere Angaben hinzuzufügen Deshalb erklärte er rasch, dass es auf der Strecke von Malm-Schöpping nach Strengnäs zwölf Haltestellen gäbe Und dass der Alte an jeder Beliebigen aussteigen konnte Wer in dieser Frage genauere Auskunft geben könne, sei der Busfahrer Und der war laut Fahrplan um 19.10 Uhr des heutigen Abends wieder in Malm-Schöpping Muss man kurz nachdenken, verkündete der junge Mann Und dann dachte er nach Er dachte, dass er mit ziemlicher Sicherheit die Handynummer des Busfahrers aus dem kleinen Mann herausschütteln konnte Um dann den Fahrer anzurufen und ihm mitzuteilen, dass der Koffer des alten Diebesgut war Doch wenn er das tat, bestand freilich die Gefahr, dass der Busfahrer die Polizei einschaltete Und das wollte der junge Mann ganz sicher nicht Außerdem war es im Grunde noch nicht so eilig, denn der Alte hatte schrecklich alt ausgesehen Und wenn er die